Oh no, ein Falchion. Oh cool. I'm Chrom now. No, er hat mich gesehen. Und tschüss. Hä? Wer bist du? Da stand jemand. Ich hab's genau gesehen an der Ruine. Oh shit. Bist du noch da? Wir haben gerade unseren Dude gefunden und natürlich kann er dann, wenn ich verfolgt werde. Wo war der denn jetzt? Da. Okay, der ist weg. Yo. Oh, das ist der aus dem Ladescreen. Scheiße, wann bist du groß? Bin ja nicht mal in Standgebläse. Jetzt kann ich den ja wieder abnehmen. Der sieht ja richtig stylisch aus. Darf ich da eine Rüstung haben? Wie geht's da? Carly sent you, Didi? Never the bloody busybody. Hmm. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Bly. I'm looking for a man, who goes by Darawell. He flied somewhere nearby. Mosawala. Come tell me if you find him for a item. I can offer you ample reward. Okay. Darawell is nothing but a traitor. And in need of a fitting end to miss 10. Okay, also irgendwo hier in der Nähe soll es jemanden namens Darawell geben. Aber wir haben hier auf dem Weg niemanden gesehen, oder? War das der Siegelbus? Ach, der Bluthund Darawell. Meinst du den etwa? Der hier war? Wie ist der Darawell? Moment. Man kriegt den als den NPC hier, als NPC Summon für den Kampf, den ich schon... Ach so. Moment. Wie ist der echt so? Da, der schnelle Bluthund, wie ist der Part? Ich dachte, ich könnte einfach um ihn herumlaufen. Stimmt. Bluthund Rinter Darawell. Aber dann habe ich den doch schon. Ich habe ihn schon gekillt. Muss ich dir irgendwie einen Beweis dafür zeigen. Moment, ich habe doch hier seine Waffe bekommen. Was mache ich jetzt mit dem? Mal rasten. Ja. Könnte ich mal machen. Äh. Ist das der schnellste Punkt? Das wäre ja ein bisschen lame, wenn er nur für einen NPC Summon da ist. Charakteren Souls-Likes haben schon immer ein bisschen mehr Story. Selbst wenn sie nur ein NPC Summon sind, haben die immer noch so ein bisschen Backstory. Schauen wir mal. Ah, ich bin ja schon da. Hallo. Gut. Ja, fast. Das wollte ich nicht. Habe ich das Wolfsrollen hier noch? Jetzt kommt er gar nicht mehr. Ich habe hier auch kein Wolfsheulen. Bist du irgendwie hier nebenan irgendwo jetzt stattdessen? Ist ja irgendwie schade, wenn wir die Quest so ein bisschen geskippt haben, dadurch, dass wir den vorher schon besiegt hatten. Okay, andere Idee. Wir gehen mal direkt zu diesem Bluthund-Gefängnis. Vielleicht steht er ja irgendwie daneben oder so. Habe ich dieses NPC Summon übrigens einfach komplett übersehen? Richtung Süden. Da. Hätte ich den echt einfach beschwören können damals für den Bluthund-Ritter und ich habe es einfach nicht gesehen. Ah, durch das ansprechende Nebelwald wird es erst freigeschaltet. Was? Achso, ich werde wahrscheinlich wieder von irgendwelchen Wölfen verfolgt. Hm, da muss das sein. Ist da vorne ein Händler? Das ist auf jeden Fall ein Ort der Gnade. Wait. Den Ort der Gnade habe ich noch gar nicht. Was? Ups. Ne, hier ist einfach nur Tod und Verderben. Ich kann mal gucken, ob ich gleich mit, wenn ich mit Kalee spreche, ob da vielleicht noch mal was kommt. Äh, ich bin auf dem richtigen Weg. Ist das vielleicht, hockt er jetzt hier rum? Ja, der ist wirklich hier. Deine Rüstung? Dunkelschmiedestein. Jetzt deine Rüstung? Tell ihm, ich sende dich. Okay. Ich bin sicher, dass du dich richtig verraten. Ich verdiene dir, ich denke. Das ist genug, wenn wir in Wäden verraten. Okay. Wobei, Moment. Dieser Dunkelschmiedestein, den wir bekommen haben, müsste, glaube ich, sogar der sein, der wir für unser Lichtschwert brauchen. So, ich habe deinen Kumpel getroffen. Wait. Well, du bist... Ah, dann hast du Blythe, nicht wahr? Oh, wunderbar. Ich bin glücklich, dass ich dich in seine Richtung beurte. Er ist boorisch, blunt und ich konnte seinen Nose mit beiden Händen finden. Aber er ist ein gutes Eick. Ich glaube, die zwei von euch sind sicher, dass ich das Beste in einem anderen finden. Nicht sicher, ob Insult oder nicht. Goodbye, Anna. Äh, so. Gehen wir einmal zur Tafel der Gnade. Was heißt Tump? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht hinterfragt. So. Ob der jetzt auch hier irgendwo rumhockt? Wäre auch irgendwie cool. So, kann ich jetzt mein Lichtschwert wieder aufwerten mit der Scherbe, die ich bekommen habe? Nein, ich brauche nur Dreier. Ah, 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 ah. Vor allem, ich habe ja teilweise echt richtig hohe Dunkelschmiedesteine, ne? Eins, zwei, vier, fünf, acht. Dann wiederum, wenn ich einen Dreier finde, kann ich, ich habe vier und fünf direkt. Das heißt, sobald wir den Dreier finden, wird die ja Waffe aber richtig stark. Okay, haben wir noch mal ein bisschen gesidequestet. Dann geht es hier unten jetzt weiter. Und zwar... Ich will mal versuchen, Richtung Schloss zu gehen. Da, wo mich der eine Dude beschossen hat. Ähm. Hallo? Pony Battle! Aua. Jodos, haltet. Ja, ich glaube, im Fernangriff ist es dann doch ein bisschen angenehmer. Tch. Da habe ich das Pferd, glaube ich, erwischt. Aua. Habe ich beide erwischt. Aber das Pferd hat einen Laken über dem Kopf. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sieht es stylisch aus. Oh Gott. Habe ich kurz mal... Aua. Habe ich kurz einen Moment? Ah, verdammt. Und zwar... Wo zielst du hin, Junge? Der ist nicht auf dem Boden. Au. Ich hexe mich fast tot. Die! Na, vielleicht doch lieber wieder mit dem Feuer. Nö. Sieht mir doch nicht aus, mein Herr. Na. Immerhin sind beide unsere Pferde fast down, glaube ich. Wenn ich sein Pferd vor meinem kaputt kriege, bin ich zumindest ein bisschen im Vorteil. Wahrscheinlich. Der ging ja voll daneben. Zwei und... weg. Ja, nicht mehr viel. Juhu. Ja, fast. So. Pferd ist am Boden. Jetzt kann ich dich hier in Ruhe grillen. Jetzt kannst du mir nichts mehr. Außer ein neues Pferd rufen. Okay. Props on you. Er hat mich leider ein bisschen outsmarted. Ich könnte wahrscheinlich auch einfach ein neues Pferd rufen. Also nicht ein neues Pferd, sondern einfach mein Pferd wieder heilen und nochmal rufen. Dude! Nicht in der Nähe von meinem Händler. Ich will dem nicht wehtun. Keboleid, danke. 54 Monate Treue. Supergeil von dir. Er hat gerammt worden, einfach. Meine Güte. Ein Treffer noch. Wahrscheinlich. Hm. Giii. Aua. Wow. Kann ich einfach nochmal neu rufen und dann mal ein bisschen weiter weg geht? Nein, kann ich nicht. Ja, tot. So close. Ich wollte wegspringen, aber irgendwie hat er es geschafft, genau wieder über mir zu sein und mir voll auf die Fresse zu boxen. So, wo ist der Dude? Ich will meine Revanche. Hallo? Da kann doch jetzt einfach nicht nicht kommen. Okay. Moment. Vielleicht taucht er wirklich nur bei Nacht auf. Ist er immerhin in einem dunkleren Tau oder so? Ja. Der taucht wirklich nur bei Nacht auf. Ist smart. too smart for me. Wie treffe ich den gut? Vor ihm stehen ist wahrscheinlich nicht so die beste Idee. Und fast drauf gehen wahrscheinlich auch nicht. Ah, dieser Sprungangriff, ne? Richtig schwer zu dodgen. Vielleicht gehe ich mal links rum jetzt. Wie viel Schaden? War ich nicht gerade noch voll? Ist es noch dunkel? Mir ist wieder Tag geworden. Ich nehme wieder meine andere Waffe. Und dann mache ich wieder meine andere Waffe. Das hat ich schon fast getroffen. Au. Bäh. 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 Okay, ich kann ja auch boxen. Kann mich sein Pferd bitte nicht erlammen? Bäh. Bäh. Oh, ich hab nicht mehr genug. Und noch einmal das. Aber viel brauche ich nicht. Das ist ein Pferdrammel immer, ne? Ich glaube auch, wenn ich ihn von mal in seinem Pferd haue, vielleicht wenn ich auch absteige, holt er sich kein neues Pferd. Wäre so meine Hoffnung. Ähm. Okay. Guess I'm dead. Ja, komm. Wie lebt dein Pferd noch? Oh, mein Gott. Natürlich ruft er einfach ein neues Pferd. Warum auch nicht. Ich dachte, wenn er wenigstens einmal am Boden ist, dann bleibt er auch am Boden, aber nein. So, einfach kurz noch die Ruhen holen und dann probieren wir das nochmal. Das hat, glaube ich, mit dem Nahkampffeuerangriff sogar witzigerweise besser funktioniert. Weil ich da einfach besser treffe damit. Ähm. Mein ABA. Ich muss die Flaschenverteilung nochmal ein bisschen anders machen. Ähm. Zeitvertreibung. Das Problem mit dem Pferd ist, ich kann nicht ausweichen. So. Einmal schleudern wir einmal den Feuerball drauf. Schön von hinten. Zwei und drei. Und das meiste Zeit trifft mich halt einfach sein Pferd, was mich einfach gerammt. So halt. Was auch ziemlich nervig ist. Was auch ziemlich nervig ist. Au. Richtig auf die Fresse gegeben. Richtig schön Backenfutter. Dann treffe ich da einfach nicht. Hm. Das Pferd ist zumindest fast down. Dann muss ich mal ein kleines bisschen Aua wehtun. So. Runter vom Pferd. Und weg. Ha. 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 Da wollte er gerade sein Pferd widerrufen. Ich hab's genau gesehen. so den barrikadenschild und der pflege der dunkelkavallerie da verleiht einer waffe affinitäten und talente okay ein von zur neid hat entwickeltes talent konzentriert eure energie in euren schild um ihn kurz zu härten so dass er stärkere schläge ablenkt gucken wir uns doch mal an was das genau ist aber den konnte man echt gut weg menschen das fand ich sehr angenehm vielleicht ist das talent für unseren schild ja ein bisschen besser als das andere was wir haben da kann ich eben jetzt auch die anderen sachen das problem ist es bringt einfach nichts weil schaden mache ich ja eh nicht damit aber ich länger den barrikadenschild ich kann zwar dafür nicht mehr parieren aber parieren tue ich eh nicht ok dann wieder zurück so wie sieht das jetzt aus damit block ich dann einfach ein bisschen stärker jetzt so weiter in richtung des schlosses zu dem ich eigentlich hingehen wollte ich wollte gerade sagen mein schild jetzt ein bisschen geleuchtet aber es war einfach nur ein lichteffekt oder so versuche mal wirklich mal geradeaus darauf hin zu reiten und mal gucken was mich da hinten eigentlich beschossen hat dann sehe ich irgendwas was ist da leune oh da sind diese riesenritter die hatten wir schon mal gesehen kann er mich hier unten überhaupt treffen kann er ein schwerter rausholen einfach oh das das war irgendwie lame der war schon echt lehm so und hier müsste natürlich ist ja noch ein ort der gnade der hat das artillerie syndrom ja der hat versucht vor sich zu treffen und ist einfach kläglich gescheitert wo führst du mich hin noch weiter in die richtung wo führt mich das jetzt hin hoch oder runter wenn du mal so ein bisschen gucken wo mich das jetzt hier hinführt also gleich auch unten noch mal ein bisschen erkunden schloss morren ja hier will ich noch nicht rein erst mal draußen ich glaube das ist eher so wahrscheinlich das haupt der haupt dungeon dieser insel dementsprechend gehen wir hier erst als letztes hin wenn wir alles andere erkunden haben die halbeinsel ist ja nicht so groß dementsprechend kann man die noch gut erkunden heute und da waren auch diese ganzen viecher wo die mal eben meinte ist aber noch ein optionaler vielleicht ist ja auch gar nicht so optional weil die lichter ja hierhin zeigen das heißt vielleicht ist da ja wirklich sogar noch ein eldenring fragment you never know you never know ich würde mal behaupten überall wo dieses licht hin zeigt sind fragmente nach dem motto hier ist ja halt eins im schloss denke ich mal hier hinten irgendwo eins da irgendwo in die richtung und hier irgendwo in die richtung und hier auch irgendwo in die richtung von daher würde ich schon sagen das ist wahrscheinlich ein haupt dungeon aber gucken wir mal erstmal erkunden wir alles hier alles weitere also ist halt meine interpretation ich weiß nicht ob das wirklich so stimmt aber ich würde mal sagen überall wo diese lichter so ein bisschen hin zeigen ist das wo man hingehen soll da greift mich jetzt so viel an wenn ich hingehe ja das es sie